So ihr Lieben, endlich mal wieder Wetterbericht mit Wassertemperatur hier an der Kalagoja am 1. Februar 2023, zwischen 13 und 14 Grad aktuell. Es ist sonnig mit ein paar Wolken, in der Sonne ist es sensationell schön warm, sobald Wolken da sind, ist es arschkalt. Aber ja, nur die Harten kommen in den Garten. Also, es lohnt sich wieder nach Mallorca zu kommen, das Wetter wird besser und es kann auch wieder gebadet werden. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Also ihr Lieben, ich grüße euch von der Kalagoja. Ab ins Wasser. Bis bald, ihr Lieben. Übrigens haben wir noch ein oder anderes Zimmer frei auf. Da werden wir hier, ah, guck mal, der hier geht. Also wenn ihr hier nochmal im Winter nach Mallorca wollt, dann meldet euch bei mir. Ich freue mich auf euch.